Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei WRC 6. Ich habe eine schlechte Nachricht, zwei gute. Die schlechte Nachricht ist, die letzte Folge war scheiße. Die gute Nachricht ist, das heißt, jetzt kommt wieder eine gute, weil wir machen das immer so ein bisschen im Wechsel bei den Radies, eine richtig gute, eine richtig schlechte. Da fehlt so ein bisschen die Beständigkeit. Und die zweite gute Nachricht ist, bis morgen kommt der neue Landwirtschaftssimulator 2017 raus. Mit Gewinnspiel, also schaut abends auf meinem Kanal. Und ja, dann machen wir wieder ein bisschen Landwirtschaft beim letzten Mal, also beim Landwirtschaftssimulator 2015 oder 15. Da haben wir ja mal entspannte 350 Folgen gemacht. Wie viele es diesmal werden, weiß ich nicht, aber das soll ruhig wieder ein bisschen länger gehen. Gut, also 80% Schotter, 20% Asphalt in Großbritannien bzw. Wales. Und ja, hier waren wir noch nicht. Gucken wir mal, ob uns die Rallye liegt. Ein Sieg wäre ja mal wieder was Feines. Und ja, dann wollen wir natürlich in der nächsten Saison in der WRC fahren. Ja, bisher kommen wir hier gut durch. Oh, gefährlich. Ach, drei Sekunden Strafe haben wir dafür bekommen, weil wir so ein bisschen innen gefahren sind. Sauerei. Das ist aber kleinlich. Na gut, müssen wir ein bisschen aufpassen beim nächsten Mal. Wusste ich nicht, dass man da direkt eine Strafe bekommt. Ist nicht immer so. Links eins, nicht schneiden, in links fünf, rechts vier, verengt sich eins, oben allen innen, links drei, öffnet sich, innen halten. Aber wenn wir weiter so fahren, dann fahren wir die drei Sekunden locker wieder raus. Rechts fünf, verengt sich drei, in Abzweigung, links abbiegen, 30. Spitz rechts, über Kuppe, verengt sich vier, 40. Beengung, Spitz links, rechts fünf, kurz, über Kuppe, innen halten. Spitz fünf, verengt sich drei, in Haarnadel rechts, öffnet sich, 30. Haarnadel links, Strohballen innen, breiter, Spitz rechts, 30. Rechts drei, kurz, schneiden, innen, links drei, kurz, öffnet sich, rechts vier, innen halten. Links drei, kurz, schneiden, öffnet sich, 30. Rechts vier, kurz, 30. Rechts vier, schneiden, 30. Links fünf, kurz, 30. Achtung, Rente. Oh. Strohballen innen, 40, Achtung. So, Kraternerv, den muss ich mal ihm rauslassen. So. Links drei, verengt sich an, rechts, rechts, 30. Oh, shit. Eieieiei. Also man rutscht ganz schön doll, also wirklich. Ohne Handbremse kann man hier locker durchkommen. Rechts fünf, verengt sich, getaucht, vollbremdung, Schaffer, einer rechts, schneiden, links, rechts, kurz, 30. Ja, ganz schön weit rausgekommen. Ab morgen geht es dann auch wieder mit F1 weiter. Also, eine ganze Menge im Programm. Zwei Folgen FIFA ja auch noch. WRC, Formel 1, Landwirtschaftssimulator. Also, ganz schön viel. Muss ich eine Menge nach dem Feierabend noch aufnehmen. Spitz links, 30, Gefahr, vollbremdung, rechts, drei, verengt sich, zwei, über Abzweigung, schneiden, und links, drei, kurz, schneiden, rechts, fünf, 30. Rechts vier, über durch Wasser, 80. Rechts vier, nicht schneiden, in Abzweigung, 30. Links vier, kurz, rechts, drei, 30. Achtung, mit sich halten, Barriere, links, fünf, Verengung, 40. Abzweigung, rechts vier, verengt sich, links vier, lang, Ränder, in Abzweigung, rechts, drei, kurz, nicht schneiden. Schild innen, in Spitz links, verengt sich, vier, kurz, rechts, rechts, links, drei, schneiden, in Abzweigung, 30. Rechts drei, schneiden, 30. Links vier, schneiden, Achtung! Also bis auf die eine Stelle mit den drei Sekunden Strafe, die wir bekommen haben, sind wir hier wirklich super durchgekommen. Also, das scheint so beizubleiben, nach einer schlechten kommt eine gute Folge, oder kommt eine gute Rallye, und nach einer guten Rallye kommt wieder eine schlechte Rallye. Rechts fünf, in Abzweigung, links abbiegen, Brücke, Beengung, 30. Abzweigung, links abbiegen, schneiden, Achtung, Beengung, 60. Rechts vier, verengt sich, drei, 30. Links vier, 30. Oh, scheiße. Das hätte noch übler ausgehen können, 100 Meter vorm Ziel. Haben wir nochmal drei, vier, fünf Sekunden liegen gelassen, aber das sieht trotzdem, ja, es hätte der erste Platz sein können, wenn wir jetzt am Ende nicht den Fehler gemacht hätten, aber ich bin trotzdem zufrieden. Tuchfühlung nach oben, und das ist ja erst die erste Wertungsprüfung gewesen jetzt, sieht nicht schlecht aus. So, 100% Schotter, 8,7 Kilometer, ganz schön lang. 10, Spitz rechts, rechts drei, nicht schneiden, Baum innen, links sechs, kurz, über Kuppe, 40, Achtung, Kuppe in links vier, kurz, 30, rechts fünf, innen halten. Und Kuppe, Achtung, 30, Spitz links, kurz, 30, Abzweigung, rechts drei, 30, rechts vier, kurz, innen halten. 30, links fünf, kurz, rechts sechs, Achtung, Bremse in links zwei, kurz, schneiden, öffnet sich, rechts drei, innen halten. Und Achtung, links vier, verhängt sich, drei, über Abzweigung, 40, rechts drei, Achtung, von der Strecke her ähnlich bisher wie die letzte. So, grundsätzlich gesehen, vom Gelände her. Kurz, 30, Achtung, Fahrnadel rechts, über Abzweigung, schneiden, Verhängung, 40, Spitz links, 30, rechts vier, kurz, 40, links drei, kurz, und durch Wasser, in Achtung, Kuppe, links drei, schneiden, öffnet sich, 30, links drei, innen halten, rechts fünf, kurz, in links vier, rechts vier, verhängt sich, drei, 30, links halten. Achtung, Fahrnadel rechts, nicht schneiden, innen halten, und Fahrnadel links, nicht schneiden, in rechts fünf, innen halten, 30. Ja, bisher auch wieder sehr gut durchgekommen. Achtung, rechts drei, über Kuppe, Beengt sich, 40, 140, 30. Das war auch nicht so geil, aber jetzt nichts, nichts dramatisches. 30, rechts vier, schneiden, innen halten, Bremse. Links drei, 30, Abzweigung, links drei, kurz, rechts drei, kurz, nicht schneiden, 30, rechts zwei, kurz, und Achtung, links vier, kurz, in rechts fünf, innen halten, in links vier. Ui, 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 ui. Achtung, 30, links vier, kurz, rechts drei, schneiden, und Achtung, Abzweigung, links, Achtung, 30. Ja, da ist das Auto nochmal richtig ins Rutschen gekommen und leider in die falsche Richtung. Das war jetzt super ärgerlich, da habe ich es auch nicht mehr rechtzeitig kontrolliert bekommen. Da war es geschickter, sich einfach komplett dann rumzudrehen. Erste nicht so tolle Stelle. Meine Herren. Weiß��라. stepsf 6, kurz, 30, rechts 2, öffnet sich,pless 30. Spitzrecht, lang, innen halten, Links 3, fängt sich. Sehr lang und öffnet sich. Rund Kuppe in rechts 5, fort in links 6 und spitz rechts 30. Achtung! Rechts 6, fängt sich 2 und links 5, fängt sich 4 und rechts 6, 30. Rechts 2, keinesfalls schneiden. In links 3, rechts 4, rechts 5, eine ganz wilde Stelle. Links 4, kurz, rechts 6, über Kuppe und spitz links, fängt sich 3, kurz, nicht schneiden. 50, links 4, kurz, 30. Achtung! Bremse, Harnadel links, 2, ballen innen, öffnet sich. In rechts 5, 9, 30. Ah, das war gut. Rechts 4, außen halten. 40, rechts 4, schneiden. In links 5, Achtung! Vollbrettung, in Harnadel rechts. Das war nicht schlimm. Das war gut. In rechts 3, in links 3, innen halten. 30, Achtung! Bremse, Harnadel rechts, schneiden. Und rechts 6, Lahn, verhängt sich 3, kurz, links schneiden. In links 5, 30. Rechts 6, 30, links 4, über Kuppe, rechts 4, kurz, übersprungen vielleicht. Links 5, verhängt sich 4, 30. Links 5, kurz, öffnet sich. und spitz rechts, Lahn, Gefahr, Vollbrettung, scharfer Harnadel links, 30, spitz rechts, links 5, in Achtung! Rechts abbiegen, schneiden, 30. So, Kata möchte wieder rein. Typisch Katze. Gut, weiter geht's. Links 4, verhängt sich 3, innen halten. 30. Rechts abbiegen, schneiden. Links 5, rechts 4, Achtung! Öffnen sich, Lahn, 30. Rechts 5, links Kuppe, links 3, 80, 2. Rechts 6, 30, links 6, 19, 3. Bisschen weit rausgekommen wieder. Rechts 3, schneiden, rechts 6, Achtung! Überbluschwasser, 50. Ja, das Wasser hier jetzt nicht so schlimm. Hat höchstens mal ein bisschen abgebremst, aber das muss ja jeder machen. Da sind wir jetzt weit rausgekommen. Da können wir froh sein, dass da die Wand war. Das war noch okay. Also eine super Rallye bis hierhin. Also das war wieder eine super Etappe. Diesmal auch keine zwei gröberen Fehler wie beim letzten Mal, sondern nur mal so ein paar kleine. Dieser eine Dreher, okay, der war ein bisschen gröber, aber sonst war das eine tolle Etappe. Und da haben wir auch jetzt mit Recht sechs Sekunden Vorsprung. Und damit gehen wir auch mit sechs Sekunden Vorsprung hier Richtung Wertungsprüfung 3. Also, wir führen in der Gesamtwertung. Das ist doch schon mal nice. Das Ziel ist es schon hier zu gewinnen, nachdem wir es beim letzten Mal so verkackt haben. So, jetzt haben wir wirklich Finsternis. Letzte Etappe für heute. Und dann ist der Tag vorbei, den reparieren wir noch und den Rest gibt es dann in der nächsten Folge von dieser Rallye. Lange, innen halten, in spitz rechts, beengt sich 5, 30. Links 4, a fond! Öffnet sich, rechts sich. Links 4, kurz, rechts 3 und links 6, beengt sich 4, 40. Rechts 4, kurz, innen halten. Und links 3, 30. Rechts 6, in spitz links, innen halten. Und rechts 3, kurz, in links 4, kurz, 40. Rechts 3, innen halten. Und links 3, innen halten. Rechts 4, weg, sich, in Abzweigung, 40. Links 6, 30. Links 4, lang, Achtung, Bremse. Und rechts 2, kurz, in links 2, öffnet sich, innen halten. Aber es ist ganz ungewohnt, auf einmal Grip zu haben, weil bei dem Schotter, in Anführungszeichen, oder Matsch, was da vorher war bei den Etappen, da war das nicht so wirklich mit Grip. Aber hier ist es ziemlich gut. Auf der Straße natürlich auch. Ja, hier nutze ich auch mal ein bisschen rechts Bande. Ist kein Problem. Rechts 6, lang, Bank, links 4, innen halten. Links 4, beengt sich. Rechts 4, 30. Über Kuppe, öffnet sich. 300, rechts 4, kurz, links 6, lang, rechts 4, lang. Geniale Straße hier am Atlantik. Links 5, kurz, 16. Bzw. Nordsee ist das, ne? Wobei Wales ist ja eher westlich. Könnte der Atlantik eher sein, als die Nordsee. хоть, links 4, frig4, gefahren. Rechts 5, für engt sich 3, kurz, links 5, links. Müßte eigentlich nicht. Langsung 3, innen halten. In links 3, mit rechts, So, 500 Meter nur noch. Und dann können wir hier mit Sicherheit auch unseren Vorsprung ein bisschen ausbauen. Das war eigentlich eine sehr gute Fahrt. Da haben wir ein paar Burgen. Sehr schön. Ja, das müsste der erste Platz sein. Auf jeden Fall. Und da haben wir aus der kurzen, bei zwei Minuten haben wir sechs Sekunden wieder rausgeholt. Und damit haben wir einen richtig satten Vorsprung. Das ist doch schon mal schön. Also, wie gesagt, nach einer schlechten Folge oder nach zwei schlechten Folgen kommt immer eine gute. Und diesmal war es wieder so. Ja, die nächste ist eher so eine Sprintstrecke. Zwei Kilometer, das ist nicht viel. Aber die nächsten drei nehmen wir mit in der nächsten Folge. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid, Leute. Macht es gut. Und ja, nächste Folge sehen wir, ob wir hier diese Rallye gewinnen können. Macht es gut. Bis dann. Danke. 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 Vielen Dank.